Es brennt, es brennt, es brennt hier. Das kann ich nicht tun, Achtung. Alter, wieso denn das geht? Ja, herzlich willkommen, zurück. Hast du schon gedrückt? Ja, ich habe 18 Leben, also der nächste wird mein Tod sein. Kannst du hier die Stellung halten? Ich habe 19 Leben, ich weiß wo Holz ist. Wo denn? Ja, folg mir einfach, wir versuchen das einfach, okay, los. Du brauchst ganz viel Holz, ne? Naja, wenn schon denn, dann mache ich das gleich. Mein Fern ist weg. Ah ne, der hat sich einen neuen geschnappt, okay. Moment, 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 Moment. Ja, hier ist noch ein Baum, warte. Stirb. Ich habe gerade einen Hasen gekillt. Okay, da lang. Ich dachte schon, wenn er mich gestochen hätte, wäre das Ende gewesen. Nein, wir sind ein falsch abgebogen. Wir sind ein falsch abgebogen. Wir müssen eigentlich da. Du spielst mit deinem Leben. Ich weiß. Ich habe 22 Leben. Ahahahaha. Heiß, heiß, heiß. Hier fängt der Wald an. Ja. Ab hier ist die linke Seite, hier ist Wald. Hier ist nur Wald. Ich glaube, meine Karte ist hier nur Wald. Ich nehm ein bisschen Futter mit, damit wir was zu essen haben. Okay, ich seh schon. Dann kann ich ja anfangen hier ein bisschen in den Wald zu hacken. Was mach ich denn jetzt? Nicht aufgeben. Ja, ich weiß. Hast du ne... Fan hast du noch, ne? Ja, kannst du ja noch brauchen. Jetzt haben wir ja schon fleißig Blumen mit. Heiß, 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 heiß. Der Sommer wird schlimmer. Viel schlimmer. Wir haben gerade angefangen mit dem Sommer. Das wird noch heißer. Das wird nachher so heiß, dass Chester anfängt zu brennen. Das heißt, es gibt keinen... Ja, dann ist es ja völlig schwachsinnig, diesen Mod zu haben. Welchen Mod? Dass Chester da ist. Wenn er weg... Nein, also der qualmt so vor sich her. Er brennt nicht ganz, aber er qualmt. Das haben wir noch nicht. Na, das wird ja lustig. Das heißt, wir müssen die zuhause lassen. Ja, herzlich willkommen zum Stillstehen. Ja. Super vorbereitet hier. Ach ja, und Dings, die verdorren alles. Die ganzen Früchte verdorren alle. Das ist der Sommer übrigens. Also die Früchte verdorren. Im Sommer ist es heiß, heiß. Also es ist richtig heiß. Da hätte ich den tatsächlich short machen sollen, aber nicht genauso lang wie alle anderen. Na gut. Weil das ist ja voll unfair für Neulinge jetzt wie wir. Ja, ja. Für Neulinge wie wir. Wie lange haben wir das Spiel schon gespielt? Ich glaub zwei Monate, ne? Also ich hab auf jeden Fall ein episches Ende, falls du eins brauchst. Ich auch. Was denn? Ich glaub mein Leben regener... Mein Leben nimmt doch teilweise könnte mir nicht ab. Ich muss irgendwie... Ich brauch Schmetterlinge. Wie kriegst du es denn nicht Schmetterlinge mehr? Na doch, ich hab noch welche gesehen. Da zum Beispiel ist eins. Ich lauf jetzt nach Hause. Egal. Also... Die Welt ist schön, die war cool. Wir haben viel gelernt. Oh jetzt... Stöcker gehen jetzt auch mal so langsam ein. Ja, ich hab mehr Leben. Der Wald fängt an zu brennen. Der Wald fängt an zu brennen. Echt? Na super. Ja. Ich lauf jetzt nach Hause und mach ein episches Ende. Boah, verbreite ich jetzt vor. Nur für dich. Boah, das ist doch gut. Dann können wir neu anfangen, ne? Super dunkel. Ja, dann müssen wir auch neu, Mann. Oh, ich... Scheiße, ich sterbe. Oh, ich seh schon. Der Wald fängt an zu brennen. Das heißt, wenn ich da in der Nähe lande, dann ist Ende. Ich sterbe gleich. Ähm, ich mach mal schon mal fern. Ich komm mal zu dir. Ähm, ich mach mal schon mal fern. Ähm, stirb nicht ohne mich. Ich kann leider den Text nicht, aber ich möchte gerne... Äh, sing... Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da NI öh. Da-da-da-da-da-da . دة-da-da-da. Alter, ich dachte, was kommt da jetzt? Dann werden sie ja eigentlich direkt sofort Oh, äh, Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Meine Fackel ist weg. Äh, ich hab... Okay, tschüss. Ich hab ein episches Ende. Ich leb noch. Ich geb nicht auf. Ich will... Ah, du bist... Du gehst ja da ein bisschen lecker umweg zum Tor, ne? Ja, ich geh jetzt schon los. Danke, Spiers. Du speicherst, du... Xer. Ich komm auch zum Tor hin. Und den Baum stellen. So, wir wollen. Nochmal einen Fan machen. So. Und hier ist ein Feuer. Ganz still und stumm. Geil. Geil wie? Verfolge Abigail. Heiß. 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 Noch 16 Leben. 16 Leben. 15 Leben. Heiß. Abigail, sauer auf mich. Uhuuhuuhuuhuuhu. So kann ich hier nicht irgendwie... Ja, das ist alles mit meinem Zeug ist da oben. Übrigens, da hat sich was gedroppt. Jetzt hab ich ihn geschlegt gerade. Achso. Ja, ich sehe schon. Ich verstehe. Wir brauchen übrigens Kälte. Hast du irgendwas, um da hinzuschmeißen? Da reinzuschmeißen? Ja, warte. Ich hab noch 17 Leben. Geil. Ich 50. Und ich hab nichts. Oh, die fängt an zu brennen. Die fängt an zu brennen. Oh, cool. Ich hab noch ne... Ich hab Fähne in der Tasche gehabt. Ja. Toll. Ich hab ne Idee. Ich kann... Oh, ich brauch ein Gras. Ich brauch jetzt ein Gras. Ist mir egal. Chester, komm mal her. Chester. Ja. Alle hierher kommen. Zum Baum. Danke. Wo hab ich das jetzt? Ach, hab ich noch gar nicht hergestellt. So. Das. Und es fackelt ohne Gleichen. Mir ist wieder heiß. Wuuuuh. Ich bin tot. So. Yeah. Burn, motherfucker. Burn. Alter, wie einfach alles brennt. Ja, ich glaub, wir können neu anfangen. Oh, guck mal. Das sind für drei Geister. Geil. Oh, verfolge Empikel. Uh. Hahaha. Geil. Ja. Das war richtig gut. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Mhm. Oh. Und ich sag noch so zu dir. Ey, wenn wir im Sommer sind, wir müssen uns unbedingt Eis bauen. Es ist, es ist Sommer. Ja, das ist richtig so. Wir brauchen Eis. Wir brauchen Eis für Sommer. Also in den Sommer mach ich dann kurz und, äh, Alter, das Spiel ist ja richtig schwer. Das Spiel ist ja richtig arschig. Und wir haben, äh, schon seit, äh, wie viel? Alter, für die wieviel Folge ist das jetzt eigentlich? Gefühlt, äh, gefühlt, oder? Ach, guck mal, jetzt fangen wir unsere Sachen an zu brennen. Hahaha. Das ist geil. Guck mal, da liegt noch ne, 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 ne Blume von Abigail. Das ist, äh, ein bildendes, drei Geister, die einfach hier stehen und warten. Ähm, uh, das Geister-Dreieck. Abigail. Abigail. Oh, Samen. Uh, oh. Wie sie Angst vor ihnen haben. Weeek. Kann ich auch einen Vogel treffen? Du kannst die Viecher richtig scheuchen. Ich glaube, Abigail ist pisst. Komm, ins Feuer. Ins Feuer? Ins Feuer. Ins Feuer. Warte mal, wir müssen noch weiter rechts. Der geht gerade Richtung hoch. Nein, 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 nein! Das ist gar kein Feuer mehr. Oh, oh, oh. Hoi! Ja. Oh, es wurde von Abigail kaputt gemacht. Ho, 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 ho. Von allen Geist gekellt. Ja. Ja. Denn, äh, ab zur 10. Welt, wa? Würde ich auch sagen. Ähm, wir haben 11 Minuten. Das Spiel ging lang. Ja, dann, äh, ach komm, dann machen wir doch, äh, jetzt starten wir noch in der, in der Aufnahme noch die, die neue Welt, oder was? Och, wirklich? Müssen wir? Ja, müssen wir. Tu es! Bye, bye, Welt 9. Alle guten Dinge sind 10, ne? Ja, haha. Bling, 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 bling. Das macht ja richtig Spaß, das Spiel. Oh, ja. Da hab ich ja richtig Bock, noch länger zu spielen. Nee, eigentlich ist es ja mal egal. Eigentlich muss man auf so viele Dinge achten. Aber ich glaub, das haben die erst mit dem ersten Add-on, haben die das gemacht. Ich glaub, im ersten, in der ersten Welt, also mein normales Don't-Stuff ist ja ohne dem Weight of Giants Add-on. Und da ist es noch nicht so. Mhm. Also, es muss erst dadurch gekommen sein. Wahrscheinlich. Äh. Ich will ja schon fast sagen, statt kooperativ, dann wähle ich dann, äh, als Place die sozial. Ach, das hatten das so Vorteile? Weiß ich nicht, das wird einfach nur, äh, als Server dann dargestellt. Achso. Hui. Geil. Vielleicht ist das ja besser. Dann mach ich ja mal einen sozialen, so. Ah. Spielmodus endlos. Was ist denn, Wildnis? Äh, es ist wild. Und danger ist out there. Entfer eine, verschiedene Lokationen in der Welt. Keine, keine, keine Safety Net. Aber, wenn du sterben, versuchst. 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 Oder kann ich, oder kann ich nicht so freundlich sein. Aha. Ja, überleben. Ja, ist klar. Dum, 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 dum. Passwort ist Bärl. So. Dum, 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 dum. Welt 10. Welt ändern. Die Mulke, ey. Wenn du das echt 10 Stunden am Tag hörst, ey, du drehst ja durch. Hm. Ähm, ich könnte ansonsten auch, äh, No Giants hier nehmen als Vorlage, denn würde, äh, Frühling und Sommer komplett ausfallen und nur noch Winter und, äh, Herbst da sein. Äh, nein. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich will aber den Sommer haben. Ich will den Sommer haben, nochmal haben. La 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 la. Haben wir jetzt mal wieder richtig Sommer. So ein Sommer, wie er früher einmal war. Ah. Und ich sag, hey, ab in den Norden. Die Sonne, die bleibt hier. Ey, oh, was geht. Was ist nicht? Die Sonne scheint auch hier. Ey, oh, was geht. Ich hab... Nö, ich glaub, die Sonne bleibt, die bleibt hier, hab ich, äh, in meinem Kopf. Hm. Äh, ich würd mal sagen, ähm, wie's mit diesem Server weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Viel Spaß. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.